hallo und herzlich willkommen ich bin auf den jack nach dem ticket und heute ist das spiel wieder da war ging der sport of the world zu zweimal anstatt war schnell und das ist ja schon alles so ich hatte noch gestern ein bisschen weiter gespielt ja bisschen ist gut fast eine ganze stunde und habe die basis ziemlich weit ausgebaut jetzt das ist alles neu und ja jetzt haben wir hier leute die plündern muss man raussuchen ein tag drei stunden eine stunde eine stunde zwei stunden 16 stunden ich brauche ganz viel holz da ist auch 56 den immer ich muss c plus plus kriegen wir haben nur c also ich brauche ein anderes team hatte mal ich darf nur drei leute so schicken erst mal schauen ob ich c plus plus hinkriege c plus plus der nachteil ist wenn ich die los schicke ich kann die leute dann nicht mehr jetzt verwenden weil die sind ja nicht da die sind ja dann unterwegs irgendwo wenn ich mich schon hin schicke das ist nur cc ich werde bonne ich habe ich werde jetzt zugelost ich versuchte j ich werde jetzt so ich brauche C++, wenn ich den nur schicke, den brauche ich selber, da bin ich schon alleine auf A, ach so eine Miest, das wäre C++, und dann schicke ich erstmal klein los, zurück, fortfahren, zurück, was sind die schlechtesten, sind alle C++, ach ja, so ein Mist, ich muss meine Leute besser machen, verstärken, hier habe ich erstmal drei Sachen, oh, einmal gratis, bestätigen, einfordern, was haben wir hier noch, mit zwei neuen Angeboten, Angebote brauche ich nicht, Post habe ich, aber wo? Nachricht Kämpfen Mission, da komme ich leider nicht weiter, die sind mir dort alles so stark geworden, Ich spürte mal ein paar Leute aus, So, was machen wir jetzt? Können wir mal gucken, nachher Mission, Mission, Obwohl, wenn ich den einnehme, ach, der ist schon wieder, Nehmen wir denn hier, weil mit denen mit dem schild mit dem haben ja nicht alles aber der ist schon richtig gut das ist der karl gestorben bei mir eigentlich rick rick der papa von karl ist eine runde aussetzen dafür hat er jetzt zwei schläge dabei bräunig so das war der erste angriff schnell die mission durch oh so mir Ja. Der sieht richtig doof aus, der mit dem Schild. Aber der hat's drauf, bei mir zumindest. Ich möchte ja gerne noch mehr legendäre Kämpfer haben, aber ich weiß nicht wie ich da rankomme an die legendären Kämpfer. Mit dieser Gruppe. Hier bin ich die Stärke S, was für mich immer wichtig ist, dass hier eine Heilerin bei ist. In dem Fall ist es Magie, Magie, Magie. Oh, das ist schon vorbei. Oh. Und zwar ist es vorbei. Mal hier was abholen. Einen Schrank, täglich, zwei Zelte. Oh. Dann gehen wir mal in der Stadt schnell zurück. Ah, hier bei Kämpfen kann man halt noch. Versus ist Arena. Da habe ich gestern gekämpft, da habe ich noch einen Kampf, bin auf dem Platz 1. Das andere kann ich irgendwie nicht spielen. Vielleicht muss ja erstmal richtig gut werden, damit ich hier weiterspielen kann. Ich weiß es nicht. Dann gibt es noch hier Kampf, da gibt es die Welt. Das ist das hier, wo die ganzen Dinger sind. Die ganze Mission. Und dann gibt es hier noch Straßenkarte. Und da habe ich gestern Michon neu durchgespielt gehabt. Dann kriegst du da 10 Ballons. Mit den 10 Ballons kannst du das Michon freischalten. Und da bin ich weitergekommen. Hier ist es Road to S. Das ist die S-Klasse. S5 habe ich keine Chance. S1 könnte ich noch besiegen. Wird schwer. Hier ist S6, S8. Hier die 3 gehören zusammen. Da kriege ich, wenn ich... Ich weiß jetzt nicht. Irgendwas muss ich durchspielen. Dann kriege ich irgendwie... Ah, hier habe ich. Einen habe ich noch da. Davon habe ich 6 und davon habe ich einen. Wenn ich den durchgespielt habe, kriege ich den. Den blauen. Normal. Irgendwann mal kommt ein Golder. Dann kann ich den... Ach, da ist der Golde. Der ist durchgespielt. S1++. Ja. Und dann gab es da noch auch... Das habe ich auch gespielt. Das ist auch witzig. Da kannst du hier eine Gruppe zusammenstellen. Und dann gehst du so eine Straße lang. Ich bin bis zum 16 Abschnitt gekommen. Auf Platz 7.324. Ja. Ich habe leider nur Ponce-Bereich erreicht. Und das habe ich noch nicht. Das kommt später. Gut. Das war es für heute. Ich hole jetzt mein Ticket ab. Achso. Letztes Mal habe ich noch... Gestern habe ich gar nicht gezeigt. Äh... Dass ich nichts gewonnen habe. Vorige Gewinne. Lagen. Und... Du hast leider... Du hast nicht gewonnen. So. Mal wieder. Wie immer. Ich habe jetzt mein Ding ins Freigespielt. Mein Hot 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 Hot. Und... Das war es dann für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.